Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Trollface Quest den 13. Teil. Ich bin sehr gespannt und wir fangen an. Okay. Spielen. Voll komisch gemacht. Oh Gott. Aha. Dein Ernst. Verstehe das nicht. Das war wie so ein Trick. Jaoi. Wir haben es geschafft. Oh, nicht ganz. Dein Ernst. Voll lustig, finde ich. Alter, Leute. Dieses Spiel ist ganz lustig. Ja, weiter. Was macht der da? Aha. Oh mein Gott. Voll lustig gemacht. Ich finde das coole Spiel. Oh mein Gott. Ähm, okay. Leute, dieses Spiel ist voll abgefahren. Ähm. Okay. Ähm. Ich weiß gerade nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Komm schon, geh runter. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Kann mir jemand helfen? Lukas Jennings kennt sich sogar damit aus. Aber, Leute. Kann jemand mir... Kann ich das... Ich verstehe das nicht. Hä? Äh. Kann mir jemand kurz helfen? Ich komm nicht raus. leute leute kann mir kurz helfen ich komme bei diesem spiel raus die drücken ich komme einfach nicht raus muss ein youtube video anschauen hier ich mache kurz einen kleinen kappels wenn ich es finde so ich habe es jetzt gewonnen wir müssen den hut runternehmen und jetzt sein hut ja endlich ja ok was machen wir jetzt hier ich versteh also ich versteh ich muss mich ein bisschen beeilen weil es wird alter leute moment ruhig leute ich verstehe das nicht auch kommen kann jemand kurz wie ich habe 364 mal geklickt perfekt man schließen oh mein gott lustig habe ich es geschafft ja okay wie geht das leute ach man ich verstehe ich kann zehn minuten aufnehmen und nicht beeilen leute kann hallo kann mir jemand helfen okay das bringt wahrscheinlich nichts leute leute mann ich verstehe das nicht Leute ich mache einen kurzen Cut bevor es zu lange wird ok Leute ich bin jetzt irgendwie nach rechts gegangen weil es war nämlich die falschen Müllwagen zum Beispiel ich glaube das geht nicht wieder und dann bin ich jetzt irgendwo weggegangen jetzt kann ich einfach jei oh wie süß die lachen oh das hört sich nicht gut dann was ernsthaft wir haben es geschafft nächstes Level oh come on ich hasse das kann jemand bitte kommen ich habe eine Idee was du machen man kann euch hier ja 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 so ich bin wieder da ich muss ich mache kurz wieder ein Cut das dauert einfach zu lange Leute ich kann ich habe wenig Zeit okay ich habe es verstanden ich war so etwas versteckt dann muss wir hier anziehen war das jetzt richtig ach zum Glück ach nee das heißt nicht ich habe eine Idee ich habe eine Idee die Futter geben, wie möglich. Ist doch irgendwas versteckt, oder? Na, ich versteh das nicht. Menno! Leute, es wird zwei Parts geben. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Es wird ein zweiten Video geben, Episode 2. Und ja, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao!